Freunde, ich habe jetzt gerade einen Plan geschmiedet und zwar wird es jetzt hier vermutlich das letzte Video erstmal für die nächste Zeit, denn ich habe geplant meine Vlogs weiterhin zu drehen, ja, keine Sorge, aber über TikTok, weil ich dann einfach ein hochkantes Format habe und ich das einfach ein bisschen cooler finde und dann kann ich das Material auch für andere Zusammenschnitte für Instagram zum Beispiel benutzen. Und so weiter. Und dann kann ich da auch vielleicht so Daily Vlogs machen und in der Zeit, wo ich jetzt dann in Thailand bin oder generell weg in Südostasien, so Daily Vlogs, um meine Freunde besser updated zu keepen. Ich habe genau den gleichen Satz gerade auch schon gesagt, als ich mich vorgestellt habe auf meinem neuen Account. Der heißt übrigens Julia Vloggt bisher. Das kann sich aber auch noch ändern, weil ich kann ihn jetzt erstmal 30 Tage lang nicht ändern, aber ich habe halt Julia Vloggt ohne Doppel-G. Falsch geschrieben. Jetzt kann ich mich nicht mehr ändern für einen Monat. Vielleicht lasse ich es auch einfach so. Mal gucken. Aber ja, weil ich finde es einfach cooler. Und da kann ich genauso 10 Minuten hochladen, deswegen werde ich das einfach so machen und ja, ihr könnt mir da auch gerne folgen, wer auch immer mir hier gerne zuschaut. Es wird sich nichts ändern, außer die App und das Format. Und vielleicht auch ein bisschen die Länge, weil ich kann ja da maximal 10 Minuten machen und dann werde ich halt einfach nur weniger Tage oder weniger Zeit in einem Video komprimieren und dann hochladen. Ja, aber es ist kein Ende. Es ist nur ein Appwechsel. Aber ja, tschüss.